Ich bin auch nicht dafür, dass Sie nun jeden Tag im Fernsehen auftreten, aber wenn Sie allein mal an das Papier denken, was im Bundesinnenministerium hergestellt worden ist, was wirklich darauf gezielt war, den Leuten Angst zu machen, das können Sie ja alles nachlesen, sind ja bekannt geworden, dann finde ich, das ist nicht die richtige Art, mit Leuten, mit Bürgern umzugehen. Ich glaube, dass die Bürger dieses Landes klug genug sind, von sich aus sich etwas anders zu verhalten, als man das vielleicht bei irgendwelchen Hochrechnungen, die man hat... Der Vorwurf geht ja in dem Fall an die Politik, ne? Ja, natürlich im Wesentlichen an die Politik. Ich finde dieses Beispiel mit dem Bundesinnenministerium, mit dem Papier, was Sie da mal entworfen haben, was ja wirklich gezielt darauf ausging, den Leuten wirklich Angst zu machen, damit sie sich entsprechend verhalten. Ich glaube, das ist in diesem Land nicht nötig und ich glaube, das ist eher hinderlich. Das ist hier auch eine Ausnahme. Dieses Papier war aber auch eine Ausnahme. Also ich bin ja auch ziemlich eng beteiligt gewesen und dieses frühe Papier aus dem Innenministerium, wo die Dinge dramatisiert werden sollten, um die Menschen zu verängstigen, sodass sie sich schützen und so. Das hat sonst im gesamten Handeln, was wir durchgezogen haben, keine Rolle gespielt. Das Papier war aus meiner Sicht ein Fehler und es hat auch keine Rolle in der Diskussion gespielt. Also das ist nicht repräsentativ gewesen. Das hat mir geschadet als alles andere. Absolut, ja. Wenn sowas dann rauskommt. Also wenn Katja Gloga und Georg Maskolo das dann... Das ist ja die Aufgabe des Journalismus, solche Sachen rauszukriegen. Gut, aber das Papier ist doch... Aber Entschuldigung, das Papier ist... Das Papier ist doch... Aber Entschuldigung, das Papier ist doch...